jo leute willkommen zurück zu tokaiden kiwami und jetzt machen wir mal weiter würde ich mal sagen und joa unsere fee ist schon weg und mrs boiler glaube ich hatten wir auch schon abgegrast ja du bist so happy genau ich würde sagen guck mir mal was du zu sagen hast moment upgrade ne ganz knapp aber ja aber später ich würde sagen jetzt gehen wir mal weiter warum nicht joa würde sagen jetzt ein paar missionen sammeln chapter 4 du schon wieder ja ja immer unser standard team und immer bitte das ja die boogie bitte joo schon okay ich würde sagen wir nehmen wasser weniger schaden aber dafür haben wir dann ein bisschen bessere chancen und ich würde sagen frei dankeschön dann würde ich sagen ja ja toll ich würde sagen weiter geht's der tag wäre mir eigentlich besser also lieber gewesen aber okay man kann man ja nicht alles haben so jetzt müssen wir mal bestimmt ich glaube erst bei der 8 8 8 ist hier hier schätze ich mal wo auch nicht oder erst bei der 2 ich schätze mal wirklich erst bei der 2 weil große fläche halt nein verfolgen bitte damit ihr eure fähigkeit nicht verliert weißt du fukago du weißt am besten dankeschön oder bei 6 schätze ich mal 2 oder 6 weiter geht's los ich würde sagen aufpassen hinter uns ist jemand joa der denkt der kann was bei uns ne auch verdammt ähm gehen wir mal zu 6 ich glaube das vieh okay gleich sehen wir soweit ach da ist es ja schon du ekelhaftes vieh verdammt okay los angriff ach ja ich habe ja gerade vergessen wir haben ja bei dieser schildküte pinguin hat den guten äh berni moment attack ähm der gute berni hat sie von diesem schildkrötenvieh äh horst genannt joa dankeschön ähm fukago dankeschön ich brauche vielleicht heilung fukago dankeschön äh achso du hast mich schon gehalten okay los attack ha ah verdammt mann nächstes mal ah ah jetzt habe ich es doch noch geschafft okay wir sind für ihn wohl zu gefährlich schätze ich mal ne phoenix los attack alle angreifen die dürfen keine schwäche unsere vater äh angeflossen denn sonst werden wir enden so wie die nachfahren wir werden sterben sonst los attack dankeschön und jetzt und jetzt hörte die mal los schnell 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 denn sonst sind wir am arsch ja dankeschön oh verdammt oh verdammt hey dankeschön und ich würde sagen Drehattacke und so schnell schon äh flüge ab denke ich mal los 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 attack keine gnade ok ok ähm los 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 äh los 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 ah verdammt ich treffe gar nicht verdammt gut dann helfe ich denen mal ok jetzt kann ich doch noch helfen ah verdammt jetzt fliegt es schon wieder das vieh hey dankeschön tut mir auch mal gefallen ne jo jetzt auf einmal kommst du runter und hilf mal ne ok los alle holen oh toll 90 prozent oder so oder 85 prozent ah ich dachte schon der trifft uns gar nicht das war wirklich dumm halt und jetzt Angriff Moment mal Hayaturi und Angriff äh ich würde sagen 8 vielleicht mal obwohl ne lohnt sich gar nicht hey dein äh flügelsack ne das eine ich würde sagen jetzt dein bein drin aber erstmal brauche ich deine hilfe dankeschön immer unsere heilung heilung komm los und drehattacke dankeschön dass du mir dass du mir hilfst mit mit info oh tech los schnell und zwar so schnell dass es auch äh sein flügel verliert ah ich habe schon ein äh destroyer voll ok los 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 ich schwäche ihn gleich keine sorge nagy dankeschön ok los ähm oh dankeschön für deine fähigkeit und ich würde sagen ha hat es gedacht oder und wow ok los 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 komm ich helfe dir hayotori ich helfe dir mal und fugago helfen wir auch ok wir machen das und ihr macht das ja abgemacht los los gemeinsam schaffen wir das schnell los los sonst kriegt er seine eigene fähigkeit wieder dankeschön ok erstmal gucken ok nichts oh verdammt ich würde sagen äh ja komm oh touché mein freund ich brauche deine hilfe nagy dankeschön gib mir mal heilung obwohl moment mal ha jetzt habe ich selber heilung ok los und und das hier noch attack los machen wir noch gehen wir noch mal oben drauf auf ihn ok touché mein freund touché aber jetzt bist du dran obwohl verdammt ich habe vergessen attack zu machen los attack egal egal dankeschön nagy und andere hilf ich schleudere ihn runter ja ah touché ne und jetzt brauche ich deine hilfe ich muss ich möchte nicht mehr äh äh ich brenne gerade mit 5 dankeschön jetzt attack dankeschön und jetzt sage ich flugattacke also sprungattacke und jetzt solltest du eigentlich sterben dankeschön ok ok oh gucken wir mal ah sein linker fuß und sein moment ja und sein linker flügel einer und sein horn oben den hole ich mir stirb horn den horn hole ich mir nagy keine sorge ah verdammt touché mein freund touché ok jetzt musst du eigentlich deinen horn abgehen ne aber wenn wir ah verdammt 8 and you help jetzt müsste eigentlich dein blöder ha ist die kralle ab nein ist sie nicht los attack und los die verdammte kralle am kopf muss ab ok jetzt sage ich mal hilft mir mal oh oh jetzt ist alles ab und jetzt ist dann rage mode das ist nicht nice ja toll schöner rage ok jetzt würde ich sagen jetzt haben wir alle seine gesammelt und jetzt würde ich sagen los attack los 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 oh wir haben fast ja unsere dings wieder unsere united destroyer gleich wieder und haben wir eigentlich müssen wir es ja haben oder geht es nicht mehr geht nicht mehr schätze ich mal weil wir schon einmal aktiviert haben oh doch moment jetzt müsstest du sterben eigentlich wow ok jetzt noch ein bisschen und du bist tot und wir haben dich phoenix so schnell ne so schnell kann es gehen und ich schätze mal unsere waffe ist abgegradet oh ah kamera glitsch totoyoma oder so wie die hieß kam da gerade raus hey heathase was ist das denn ok ich würde sagen sammeln wir schnell manne sammeln die fight bon ok da hinten schaffen wir es überhaupt nicht außer wenn wir uns teleportieren können ne wir schaffen es nicht nein noch ein paar meter aber naja ist egal dankeschön aber okay oh okay hey wer bist du ich höre hier bekommen hey dankeschön und eisfest wow aber ich brauche feierfest gut dann wenn wir dich als nächstes nochmal hinschicken ne hoffentlich haben wir wieder mal gute chancen für die feuerfest moment habe ich hier was zu sagen natürlich erstmal waffen wechseln sage ich mal ähm blaze bird dankeschön und gucken wir mal was miss viola und die fee uns gibt hoffentlich gute sachen hoffentlich ok ja gucken wir erstmal ah für wirumen ok dankeschön ach komm kaufen wir uns mal und noch einmal weil wir so viel geld haben jo jo bis später oh hi ähm hast du was neues für mich hier flamefest brauche ich ja äh ja nur noch der eine fehlt mir ja flamefest und elastic band upgrade weapon können wir nicht naja aber dafür das hier wusste ich doch äh nein und was kommt als nächstes ach immer noch das gleiche raus hey aber dafür das ist das seltenste so lange soll ich mal öfter nehmen oder ja bis später hallo miss viola hier sind so black sense ja hat sich nicht gelohnt für mich ok jetzt gehen wir mal zu der fee und falls ihr andere namen haben namen ideen habt schreibt mir die in kommentare und ich würde es mal umsetzen ok hallo fee na oh dankeschön fee ja kriegst jetzt nen snack ja 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 jetzt bist du happy ne ok ähm Augen zu und durch äh moment ah das kommt immer ok nimm mir das ja komm moment clothing wir haben hier andere Klamotten Moment mal wie siehst du denn aus Tango wie süß Moment white scroll outfit nee das ist blöd oh wie süß aber das ist immer noch am süß irgendwie ja nehmen wir das hier jubi später ähm fee und jetzt gehen wir mal am bahn so sag ich mal ähm ja hallöchen mädels geh mir mal rein ne ich hoffe da ist niemand der jetzt uns schaden würde äh äh oh god kika man du bist aber blass kika und hast große hände ähm kam drogen ladies only time ähm kika i would like to enjoy your spot is an unfamiliar experience für mich okay ah okay die beiden baten zusammen und keine erfahrung damit ähm ja kiko cruise defense against attack hä warum das denn werden sie auch mal mitnehmen lol läuft bei uns okay ich würde sagen einfach rein und kika bitte sei leise bitte sei leise sagt oka nix sie wird mich umbringen hallöchen ähm oka weißt du bescheid oh gut ach hast du nichts gesagt ne oh the end of the world hey cool dankeschön oh 3000 ist doch schön würde ich sagen slave evil tango schön äh ja komm wegen schnelligkeit welchen nehmen wir jetzt ich brauche ich nehme das mal wegen harmonie nagy du bist dran ach pray brauche ich noch dankeschön oh mein gott wie viel geld wir haben kannst ja uns alles leisten solange wir können uns sogar eine villa leisten hier sogar mehr okay wenn das mehr ist dann könnte ich locker schaffen eine million zu kriegen ja hi ähm oh jetzt schon den timer verdammt los 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 selbst jetzt es wäre lustig wenn wir da ist noch einer unterwegs los 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 hey otori auch verdammt die rolle war nicht sinnvoll hoffentlich bekomme ich jetzt eine seltene ach touché mein freund touché ha hat es doch noch geschafft ne äh das geht sogar okay dann würde ich sagen ähm ja geh mir schnell hier hin zurück hallo tori du bist der beste solange dankeschön dass du mir immer hilfst jetzt sage ich mal weiter geht's dün 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 wow hier sind sogar drei jetzt schon okay ich sag mal drehattacke wow konzentriere dich den ich konzentriere mich auf den anderen und dankeschön dass du auf mich drauf gesprungen hast bist hey äh ja hier sind kanonen nur zur info ich würde sagen hey das sieht mal wirklich nice aus ok reif an ich besorge schon mal das hier ne äh ja dankeschön jetzt sag ich mal schnell hoch wohl im moment mal können wir doch gleich aktivieren ich schätze mal hier kommen jetzt vier los alles aktiviert ah touché mein freund touché ha jetzt musst du eigentlich sterben los sammeln dankeschön goldfeffer hey mystery ist klar ok jetzt müsst du eigentlich sterben ok ich komme eigentlich jetzt noch mehr wo sind die blackfeffer light light snow ähm auch da bist du ich bin schon unterwegs na toll schon geschafft toll was mach ich eigentlich noch oh oh ich dachte schon na toll ist hier was besonderes ja dort hinten der 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 light snow schon wieder ey das sieht mal nice aus jo wow wir sind sogar fast so groß wie ein haus oha wir sind ein stock groß wir sind sogar ein riese oh mein gott hey wir haben bald und 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 hast du es sag mir bitte nein hast du nicht dann nehmen wir mal lieber den anderen dann dann lassen wir mal lieber den ebuki mal ran für seltene sachen hoffentlich hast du auch was ne moment ja dankeschön ähm nein moment wir müssen ja erstmal zum bahn also bahn gehen und dann können wir noch eine mission machen moment jo einfach weiter sag ich mal und erstmal upgraden ja hi ähm upgraden dankeschön mind rage mitch increase attack by one even larger amount when using might komm wir nehmen das oder ja komm ja dankeschön well charity 2 jo bis später to man moment oh verdammt ich würde erstmal sagen upgraden ja cool oh ne ey moment mal doch nicht ich dachte mal kann man das okay upgrade nein können wir auch noch nicht okay gucken wir erstmal zu miss viola terra oh oh eisfest oh warte ich muss ja erstmal geld spenden dankeschön ähm ja danke ähm geh mir jetzt mal zu fe hallo fe fe hi ja hi oh bisschen level 2 snack geben äh fox rice sag ich mal ja essen äh ja okay ich würde sagen geh mal hierhin obwohl geh mal hierhin komm äh dankeschön geh mir bahnen und dann sag ich mal was das war für heute ne wir haben schon heute zwei missionen gemacht haben es geschafft und hoffen wir mal dass wir dann im nächsten part auch sehr viel erreichen werden jo jo hey wer ist da ich glaube fukago nee yamato hi yamato ähm dein haar ist hier links weggeschnitten sozusagen ja ähm das hat mir schon mal ne okay ich sag mal dankeschön sehr lieben dank oh gildly oh moment mal moment mal abilities oh dankeschön oh danke danke okay leute ich sag mal wir sehen uns dann im nächsten part ich verabschiede mich mir immer jetzt schon mal und bis später ciao